König Charles, private Familienaufnahme von Hochzeit seiner Stieftochter König Charles, 74, royale Verwandtschaft ist weltbekannt, doch auch die Familie seiner Frau. Königin Camilla, 75, spielt im Leben von dem Monarchen eine wichtige, wenn auch privatere Rolle. Nun ist ein bisher unbekanntes Bild von der Hochzeit seiner Stieftochter Laura Lopez. 45, aus dem Jahr 2006 aufgetaucht, auf dem es einige spannende Details zu entdecken gibt. Aufgenommen wurde das Foto ein Jahr nach der Hochzeit von Charles und Camilla, und gibt einen interessanten Einblick in die Vergangenheit. Im Video haben wir für Sie entschlüsselt, welche drei Details und Gäst, innen auf diesem Bild besonders überrascht haben. Verwendete Quelle, Instagram.com